heuchler vielleicht auch ausnahme anderen loch aus dem ofenrohr archimedes ich vermisse irgendwie das war voll leise bis entweder weiter vom mikro weg oder keine ahnung weißt du soll das auch immer leiser werden wer wird leider der erste zweite und dritte welt und jetzt haben wir eine treppe hoch und fallen runter trotzdem muss man darauf springen abitamin das kann ich ja immer gut gebrauchen dann hast du nur noch eine kitzel kriegst du dann gleich der zieht irgendwann andere von irgendwo auf einer seite der karte und dann sagt das ist voll gut benutzt die eigene mp und halt die mp eines mitglieds es kostet zwei und er gibt drei jemand andere aber der braucht dafür die 3p noch weil die anderen sachen sind alle cool oder was hast du gesagt wie viele noch neun ein ja ja weiß ich aber wo im kraftwerk im kraftwerk im kraftwerk im kraftwerk im kraftwerk im kanal man im kanal im kanal aber du kannst vorher zu den welpen gehen welpen der welpenhund müssen wir gucken ob es in der letzten welt auch welche gefunden wird ja mal kurz hier im kleinen haus rein diese stadt hatte auch ein schlüssel noch bei dich so rar ich bei mich immer der soll nicht so schreien schrei mich nicht so an ey ohne scheiß und die balken mehr da oben bei denen die übertreiben irgendwie unser tank hat leben als wäre es mal verboten wie so ein reinhard ich glaube hier sind die dinge so als er nur zu den welpen ja dass sie da die da sein wo sie da sind die sind ja auch da wo sie da waren da 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 jetzt gibt es ein geschenk eine packung schlaftabletten warum kriegen wir verlorene seite mit riebe feiner lexier die flam war ja nicht alle noch nicht uns für noch ein paar ohne scheiß schoko eis führer spieler das war nicht so das war das team so und dann war im kraftwerk ja du meinst aber wirklich kanal ein kaffee kanal die rede habe ich glaube ich weiß wasser mit einem ohne scheiß das war ich nicht nein ich habe gerade informationen gekriegt bei uns in der nachbarschaft brennt das ja das weiß ich nicht und so lange sind jetzt brennt bei dir ist es alles okay ich meine dass wir haben also keine haben keine hinter dir hinter mir drin nein du sollst ach so ich war gerade voll fasziniert dass wir so viel trocken ab zum kraftwerk einfach so zwei ja ein bis zwei straßen weiter von uns ich habe doch nicht wenn wir nicht weiß haben ich weiß nicht was weiß bedeutet aber das letzte wahrscheinlich wäre eine kiste und dann ja da keine war also du musst mit sich sprechen das auf jeden fall wir brennen gleich die sicherung durch wenn ich so was höre ich weiß auch nicht warum überall immer alles trennen muss ja die menschen haben nichts zu tun deswegen brennt ja corona die viren entzünden sich ab irgendein niveau da müssen wir das sieht aus wie ein maisfeld wenn es so eins wäre ich wäre froh wenn es noch ein gewundener schlammiger fahrt hineinschauen haben wir da ist ruhe wie nie der ruhe pur glaube ich nicht eine fährte entdeckt sieht zwar aus wie seine eigene aber leise sie verschwinden sonst wer die die alle mitgenommen haben das hier sind ihre fußabdrücke wir bleiben alle zusammen damit die man wieder verloren geht aber dann sah ich nach unten und entdeckte die fußabdrücke ich bin ihnen mucksmäuschen still gefolgt man plötzlich waren alle weg böse gestalten müssen die mitgenommen haben ich glaube diese fußabdrücke sind naja ich helfe dir deine freude zu suchen machen ich hoffe eine runde meine diesmal schneller seine was ist da los warum hat er dickere füße oder na gut er ist viel honig was für schöne blut die muss puse ok er ist das denn jedes fach der hat doch voll angst hier in dem hallo was machst du nichts besonderes ich suche stöcke um mein haus wieder aufzubauen stöcke für ein haus dieser ort ist auch wie ein haus hier ist doch voll gut was regnet oben rein dies ist ein geeigneter ort um alle zu versammeln wenn wir sie wieder gefunden haben fuß fangspiel hilft seiner freunde wieder zu finden ziel damit er damit er ihnen die folgen kann war toll damit wir wissen ob es doch oder was ist mit ihm fand ich wieder mit diesen sagen wir uns plötzlich der eine ja du kannst du das ist ein bär der hat eine ganz cool kleine augen kann sich nicht schon zehn kilometer weit weg und ich will aber 10.000 fantastische jetzt ist mein super jump weg wie komme ich hoch in dem du fliegst krass fliegst nicht wenn die kamera sich so bewegt dann jetzt bin ich schon natürlich hätte war ach nicht mehr ich kann die kann man eine halbe stunde rechts drehen lassen aber ihre dreht sich erst nach zehn minuten oder so und ist damit schon noch eine geflogen kann ich sie abschließen das finde ich wichtig kann mit hier lang und sind gerade mit dem reden ich weiß nicht irgendwas will auf jeden fall aber ich habe weg gehen sehen da bin ich ihm hinterher gesprungen dann bin ich ein bisschen zu hochgesprungen und war verschwunden weil man das seltsam habe ich noch oben ich habe den ganzen büro gemacht in hoch zu tragen nur um dann jetzt selber scheint wieder hier oben drauf zu springen ich hätte vor dem grunde den einen hätte ich erst holen sollen ich weiß gar nicht warum man das eingefügt hat ich weiß nicht wo wir sind aber wenn wir den gleichen weg zurückgehen finden wir bestimmt wieder nach hause er hat natürlich von uns gibt kommen hat die eule heute jetzt noch einmal kriegen ja ich werde es ja nicht weg also probiert und ich werde nicht schon vielleicht ich dachte ich sollte mal ein wort mit ruhe über seine springerei reden das nächste an das nämlich jähnere ist dass ich mich verflogen hatte die labern bullshit die sind fünf meter weit entfernt haben sich verflogen hat er gesagt verlaufen das wird nur noch und der ich runter hätte es nicht er ich wollte nicht alleine sein deswegen bin ich heute gefolgt aber dann ist heute in den himmel geflogen ich war allein jetzt wird man da und jetzt fertig aus dem loch und rufe nach also wo war meinung wohin also saß da oben rum ich weiß nicht ob ich dann vielleicht doch noch was man muss ich bekam angst als alle weg waren habe ich versteckt ausgebot erst mal alle auf die stelle treppe ja das ist das gehört hier doch so ein rover da oben ich kann ja bitte schön meine richtung kommen und dann doch noch das dinge das soll einfach so lange und ist so ein ich habe gar nichts gesagt ich wollte so hoch springen wie tiger ich war mir so mit dem springen beschäftigt das vergessen habe wo ich ihn gesprungen bin und ab jetzt müssen wir noch pulien bringt ne puh kommt alleine immerhin 25 hat das lange dauert die verlorene seite hat sich in ein item verwandelt xp das ist was was ich ausrüsten muss auch wenn leute was dagegen genau man ich war ich hab das ist Ich habe Angst, weil ich... I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. I want someone back again. T.E.W.R. 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 Ich bin ehrlich, ich hab die nie oft gesehen, ne? Aber der Tegel, der brennt sich so im Kopf rein, ne? Bist so. Sente, dann nimm mal hier sein. Ich hör weg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020